Willkommen, meine lieben Leute, zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Es ist lange her, dass mir das selber wieder mal passiert ist, aber so ist das Leben, nicht wahr? Ich habe mir doch tatsächlich nach über zwei Jahren und eigentlich praktisch an allen Orten sein und sich nix einfangen, Covid geangelt. Und ja, jetzt gucken wir mal, was das mit meinem Körper so macht. Deswegen werde ich mir definitiv genug Zeit einplanen, um wieder zu genesen. Also nächstes Wochenende werde ich, ich habe ja noch einen Part auf Lager, das ist der König des Nordens, müsste das sein. Den werde ich am Wochenende noch hochladen und dann schauen wir mal, wie lange das das dauert, das ganze Zeug. Wenn ich Glück habe, bin ich nächstes Wochenende wieder fit genug, um mich in die Abenteuer von Himmelsrand zu werfen, in die Abenteuer von Himmelsrand zu werfen, wenn ich es sagen könnte. Symptomtechnisch, glaube ich, komme ich noch sehr gut weg, also Kopfschmerzen geht so, aber übelste Muskelbeschwerden habe ich, also Rücken, Beine, als wäre ich im Fitnessstudio gewesen. Ist ja auch noch von Vorteil, dann kann ich sagen, schaut mal, wie gut ich trainiert habe. Ja, jedenfalls schauen wir mal, was da das ganze garstige Virus aus Wuhan sich noch so ausdenkt und dann würde ich sagen, peace, ich bin draußen. Wir sehen uns wieder, wenn das kleine Männchen gesundet ist und bis dahin, Entschuldigung, sage ich, peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.